so hallo meine freunde der sonne und weiter geht's ich habe gesehen dass wir hier noch einen kampfschrein haben und ja den werden wir jetzt versuchen zu machen werden wir denke ich mal hinbekommen aber warte mal was ich ganz gerne noch mitnehmen würde ich würde die frage wir können natürlich auch blitz mitnehmen können wir ja mal ausprobieren wie das ist auch schlecht ist das eigentlich nicht nur macht doch eigentlich ordentlich stammelt ok 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 so dann ab upsala warte mal Heilen. Boah, okay, das ist echt eine extrem heftige Fehlschadung, muss ich ja schon mal sagen. Hätte ich gar nicht so gedacht. Hey, geschafft. Splitterplatz-Verbesserung, du kannst jetzt mehr Splitter auf einmal anlegen. Ey, cool. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wir haben wieder hier einen neuen Platz dazu bekommen, was sehr, sehr cool ist. Wo wir jetzt aber überlegen müssen, was wir mitnehmen. Hm. Das haben sich auch nicht schlecht. Das könnte man auch mitnehmen. Ja, könnte man auch mitnehmen. Hm. Oder wir nehmen das hier mit. Ja, wir können ja mal den Dreifachsprung mitnehmen. Okay, dann haben wir das hier auch geschafft. Sehr schön. Ähm. Also, was man hier machen kann, will ich jetzt gerade auch nicht so ganz, aber wir können ja mal ganz kurz da hinten machen. Okay. Nochmal, jetzt muss ich... Ne, ist auch nämlich falsch. Jo, längst müssen wir auch auf Opistisch, Mann. Ich kaufe nix. Ich verkaufe nur. So, warte, 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 ist es das hier nicht? Okay, die Brücke. Die Brücke müssen wir aber jetzt mit einem Geißerschlag zerstören. Ey. Kolik Erz. Sehr schön. Wilder Arschbue. Sehr schön. Da haben wir das auch jetzt klären können. Guck mal, da haben wir auch noch was. Ähm. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch noch was sein wird. Okay. Echt jetzt? Hä? Ich muss ja hier hoch. Wie komme ich denn jetzt? Ich glaube, hier gibt es keinen Weg hoch. Also, von hier aus zumindest nicht, oder? Ich dachte ja hier längs, aber nee. Okay, gut. Mann. Nie wird meine Faulheit hier belohnt. Das ist echt doof. Aua. Okay, 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 okay. Ja, dazu sage ich... Scheiße, Mann, Mutti. Dazu sage ich jetzt mal nix. Das muss ich aber mal ganz kurz hier gucken. Wir wollen ja noch höher. Wieso ist hier eigentlich... Hey, sehr schön. Weil ich habe das nämlich hier gesehen. Hier war nämlich so eine kleine Spitze, die nämlich noch nicht aufgedeckt war. Hab mich ein bisschen gewundert. Hör auf damit. Ich möchte das nicht. Hören sie auf damit, oder ich töte sie. So. 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 hier kann man nichts kaputt machen okay ich dachte ich dachte man kann hier was kaputt machen wir müssen wir müssen da hoch das heißt also machbar machbar ist es definitiv ist halt nur die frage wie kommen wir von hier aus wirklich besser wenn man von hier aus springt ich glaube von hier aus komme besser kommt dann ich komme da halt nicht ran das ist ein bisschen doof von hier aus schafft man das definitiv nicht mit dreifach sprung aber was ist dann das ding hier nein auch mutter das war so knapp okay das ja schaffe ich gerade nie hier haben wir noch eine energiezelle und glaube sogar eine neue fähigkeit das heißt wir gehen hier hin wir brauchen glaube 77 golek ne 99 was glaube neun golek erz für die häuser glaube sind jetzt erst bei sechs golek erz aber das kriegen wir denke ich mal schon hin gibt es da denke ich mal noch genug erz na komm so was ist das hier von moment das leuchtet mir irgendwie so komisch aber man kann irgendwie nichts machen aber hier ok es leuchtet überall hier da ist auch wieder ein löschen ding ich kann gerade nicht so eine lebenszelle ok man muss halt so einfach die geiser prüfung haben wir schon geschafft genau dann haben wir hier noch eine energiezelle die wird auch noch gerne snaggen moment da hey fragment einer energiezelle sehr schön da haben wir das auch schon mal hier haben wir denke ich mal auch wieder eine lebenszelle die wird auch schon mal eine lebenszelle da werden wir auch wieder eine lebenszelle oder energiezelle haben und hier haben wir es müsste doch es müsste doch Stammbaum dann würde ich gerne da mal hin hör auf hör auf mich zu ballern ich teleportiere mich gerade hör bitte auf damit ich möchte das nicht hallo ok es dauert immer nachher ein teleportieren Mutti danke wir müssen hier hoch ähm ach scheiße warte mal ups das war falsch komm spucke nochmal mein guter gott auf zu aua man Ey, wie... mann! Moment, ich heile mich mal ganz kurz hier. So. Ali Hopsala? Oh ne! Mist! Aber haben wir das... Moment! Das haben wir doch geschafft! Damit hat man doch... Damit hat man doch den Weg hier unten geöffnet. Aber wie öffne ich den Weg jetzt hier? Hm... Okay, da kommen wir definitiv noch nicht hin. Und ich denke mal, dass ich einfach zu doof bin. Also man kommt bestimmt dahin. Aber ich glaube, ich bin einfach zu doof dafür. Ähm... So, wir haben hier noch eine Energiezelle. Hier werden wir auch noch eine Lebenszelle oder Energiezelle haben. Hey, du blöde Arschku! So, da haben wir das auch schon mal mitgenommen. Sehr schön. Sie immer Stress anfangen müssen. Nein, ach so, ja. Stimmt, ich muss aber... Okay... Verpiss dich! Du genauso! Aber ich vergesse das immer wieder, ne? Ich vergesse das wirklich immer wieder. So, dass die Kackdinger explodieren. Ich weiß zwar gar nicht... Was ist das für ein Mufa? Okay, hier... Das Ding müssen wir per... Schalter öffnen. Jetzt ist die Frage, ich hab... Ah... Hier geht's halt wieder hoch ganz normal. Wo könnte denn hier der Schalter sein? Also ein Spingeschoss glaube ich nicht. Wie komme hier ran? Hm... Hä? Wo kommst du denn du jetzt her? Ah, Moment... Ah... Ich hab so ne Vermutung. Ich hab so ne Vermutung. Mal gucken, ob das funktioniert. Aha! Aha! Ja, manchmal, ne? Kann ich auch nachdenken. Lebenspack! Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Damit kannst du Gesundheit einsetzen, um Zauber zu wirken, wenn du keine Energie mehr hast. Das ist an sich auch gar nicht mal so schlecht. Ähm... Moment, wo ist ein Lebenspack jetzt? Lebensernte? Ne... Ah, hier! Ist an sich gar nicht so kacke. Aber ich bin gerade mit den Fähigkeiten, die wir jetzt gerade hier haben, mehr als zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. So! Da haben wir... Ich hab irgendwie... Hm... Das mit dem Baum, das nervt ein bisschen. Guck mal, hier haben wir noch einen Weg. Okay. Ähm... Goodie! Warte mal! Okay... Ja! Ach... Das... Das... Das Gebiet finde ich mir mit am schönsten. Ich gucke mal, ich gucke gerade die ganze Zeit alle paar Sekunden auf die Map. Ich weiß, es stört euch. Aber ich mache das jetzt einfach, um zu gucken, ob hier irgendwie noch was ist. Ob ich irgendwas noch aufgedeckt habe. Oh ne, nicht schon wieder. Wie macht man die Dinger kaputt? Ist das Flamme vielleicht? Ich glaube, da fehlt uns irgendwie noch eine Fähigkeit. Irgendwas fehlt uns da noch. Um den Weg. Gut, eine Fähigkeit, warte mal. Die benutze ich irgendwie so selten, aber ich glaube eher weniger. Okay. Hätte ja klappen können. Schade. Aber wir haben hier oben noch was Unentdecktes. Ah, Moment. Was ist denn das jetzt hier? War das schon die ganze Zeit hier? Aber, 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 Moment. Man kann nur so die Dinger öffnen. Das heißt... Hier müsste irgendwo ein Hebel sein, dass wir hier hinkommen. Gut, aber wir haben ja gerade gesehen, der Hebel kann natürlich... Ah gut, weit weg ist er jetzt nicht. Wo, warte, wo sind wir denn? Halt. Weit weg ist der Hebel jetzt nicht gewesen. Er war hier oben. Aber das heißt, irgendwo in der Gegend hier müsste für... Für den Stammbaum hier oben bei Lupo vielleicht. Vielleicht müssen wir zu Lupo. Oder hier gibt es... Hier sind ja die ganzen Portale, dass man durch die Portale irgendwie zum Stammbaum kommt. Das kann natürlich auch sein. Ich habe nämlich ein Gefühl, dass wir hier oben irgendwo bei den Portalen... Das kann natürlich sein. Okay, wir haben hier oben noch einen unentdeckten Weg. Piss dich. Achso, nö, 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 nö. Ich will wieder Flitz haben. Flitz finde ich ganz cool. Ich habe eine ganz coole Fähigkeit. Sieht irgendwie so aus, als hier was wäre irgendwie. Aber ich glaube, wir hatten hier mal was. Oder? Ich bin mir ziemlich unsicher. Ich weiß es nicht. Was ist eine karte Sonne? Okay. Stimmt, wir haben ja... Moment mal. Wir können jetzt unter Wasser atmen, ne? Ich weiß aber gar nicht mal, wieso. Cool, ich, erz! Ey! Kann man hier irgendwie eine Fähigkeit erhalten, dass wir unter Wasser atmen können? Das ist ja übelst cool. Okay, da haben wir das Erz auch schon mal. Und Moment, dann für die ganz vollen jetzt, also für mich, werden wir uns jetzt einfach hier hoch teleportieren. So. Dann müssen wir jetzt genau hoch. Da oben ist ein Zipfel. Okay. Dann gucken wir doch mal, wie wir da hochkommen. Moment, das sieht doch schon wieder so... Moment, das sieht doch schon wieder hier so groß aus. Kann das sein, dass es wieder so ein... Das hat mir jetzt nie weitergeholfen, ne? Okay, wie komme ich? Ich dachte wieder hier spawnen übelst viele Viecher jetzt und irgendwas aktiviere ich damit. Aber... Ich weiß noch nicht mal ansatzweise, wie wir da hochkommen. Oh. Boah, da bin ich jetzt wirklich ein bisschen... ein little bit überfragt die kommen ich dachte hier weil hier die glühbäumchen sind dass wir hier irgendwas machen müssen aber scheint nicht so zu sein okay dann sehen wir uns in der nächsten folge bis dahin haut rein